Hallo Leute und nun der nächste Kampf bei den offenen südwestdeutschen Meisterschaften. Ein Kampf im Halbweltergewicht in der roten Ecke vom KSC Benzheim, Janos Litvay. Und er trifft auf Tamer Özbey vom Boxsteam Duisburg. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns an Kanal. Euer Team von Partner der Vereine. 2, 3, 2, 1. Schlag an Posten, Schlag an Posten. Schön gelegt. Sehr schön. Sehr schön. Dankeschön. Sehr schön, ich bin sehr gut. Sehr gut. Wie gab es meinen Tammeln, wer geht das schnell? Das haben wir recht überschrackt. Recht überschrackt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das ist super stark. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Sehr gut. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Sehr gut. Um Schlag am Zweig. Um Schlag am Zweig. Ich glaube, das ist schon gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Genau so. Sehr gut. 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 ... ... ... ... ... ... ... Schmuck! Und dann, da, da! Genau so! Siehst alles! So! Dann da sein! Genau so! Siehst du! Dann da sein! So! Jetzt wieder zu ja fliegen! Erst mal wieder zu ja fliegen! Immer wieder zu ja fliegen! Start an die Fliegen! ... und dann, da! Raus! Jetzt zu ja fliegen! Da! Da! Raus! Dann! Schmuck! Hör! Schmuck! 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 Sehr schön! Zer gut, Bord. Bord. Ja, Bord. Du, du, du. Du, du. Du, du, du. Ander. 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 Ja, boe. Hüte, 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 Hüte! Beinah! 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 Und dann nochmal, hopp! 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 Und dann, hopp! Und dann, hopp! Und dann, hopp! Und dann, hopp!